richtig tot. Ja, dann sind wir auf jeden Fall tot, das stimmt. Ja, sind immer tot. Das sind halt die Flashes down, was soll man machen. Also Trybush, oder warte, warte, warte jetzt. Hier. Ne, wir gehen Bananabusch. Ach da. Der Busch. Ist das der Bananenbusch? Das war der alte Bananabusch. Weil der war ja sowieso gekrümmt um den Stein herum, wie eine Banane. Ich weiß, ich bekomme nicht mehr. Alter, das habe ich aber auch gar nicht mehr in Erinnerung. Was denn? Welcome to Summers. Ist der immer aussah wie eine Banane? Schnifft. Okay, die sehen uns. Okay. Die hätten einfach noch warten müssen, glaube ich. Ach, wollt ihr? Okay. Die haben Blitzcrank? What? Blitzcrank-Hook is done. Blitzcrank-Hook is done. Ist das Red? Ja gut, Max, dann können wir auf Elangian eigentlich. Naja, ich weiß nicht, wir können covern. Ja, aber ich habe auch keinen Bock hier von Blitzcrank. Ja, wir haben auch... Ja, wir haben... Stell dir einfach ein Wart hin, dann. Ja. Stell dir ein Wart hin, dann. Ja. Stell dir ein Wart hin, dann sterbe ich sowas von. Doch nicht, was? Stell dir einfach beim Blue Wart auf dem Wart aus, dann, Max. Bleib safe. Aber den richtigen Wart ist völlig free. Ja, 1, 2, ganz normal, jetzt trink es nicht den richtigen. Sehen wir ja, was los ist. Max, was ist los mit dir? Ich bin Chana. GG. No Warts on board. Danke, Max, echt danke. Ich will nur das Huberbrett anfangen. Du kannst aber schön danzen, guck mal, ich kann auch danzen. Du kannst nicht danzen, ich kann danzen, hier guck. Ey, haust du mir mal nicht deine Kamera ins Gesicht, was soll das? Nicht nett. So, wollen wir vorher Level 2 werden? Ja ne, natürlich. Kennt man ja. Die Rivenmechanik pushen für Level 2 und gay all in. Gay? Gay all in? Ja, ich mach dir aber auch damage, meine Kleine. Hier, hast du was? Kein Problem, Bro. Ich kann dir was zeigen. Die Traits. Hm, ich bin am überlegen, ob ich direkt mit Level 2 die Shields gille. Einfach aus Schutz. Okay, die hat einen Healpot geschmissen. Jetzt geht's zu Level 2. Das mach ich auch. Let's take a look at the Minimap. Riven kommt runter, Bro. Riven? Oh, ja. Oh, er wohnt. Achso, oh mein Gott. Pass auf. Oh, ja. Dings kommt, Dings kommt, Dings kommt, Fisch kommt. Na komm her. Riven ist auch da. Ich glaub, du musst dich exekuten lassen, glaub ich, da oder so. Ich kann doch rüberflaschen. Okay. Ich öffne bis weg. Hm. Also ich bin so gestorben. Oh, das Rivenmechanik. Sehr schön, sehr schön. Oh, nice. Max, ich würd sagen, da zahlst jetzt erstmal 100 Euro in die Mövenkasse. Okay. Das war die absolute... Hast du den Damage gesehen? Okay. Okay. Ich glaube, du zahlst ebenfalls 100 Euro in die Mövenkasse. Oh mein Gott. Ich glaub, mich frisst ein Kokodil, ey. So. Ja, gut. Wir sind auf jeden Fall die Supermöven. Das stimmt. Das ist auf jeden Fall... Richtig gut Job. Da wird, glaub ich, schon einen Keks fressen können. Der hat jetzt geschafft. Oh mein Gott, ey. Wie bad. Und dabei hab ich den eh noch so schön gedodged mit meinem Spell Shield. Wie ist es hier? Hier ist ja kein Flash mehr, ne? La 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 1... Botlane ist müsssss. Okay Leute, wir werden gleich etwas ganz neues versuchen. Botlane Gang. 15 minuten baron Ein mann baron, 15 minuten GG Der Fish ist glaube ich zurück Du musst bot auf jeden Fall was machst du hinten Ach quatsch man wir haben bot einfach nur Reingefeeded weil wir gefailt haben Na gut das kann ja sein dass die euch jetzt snowbauen Ach quark Kev du kommst wieder auf Ja ja ich komm sofort ich push noch Oh alter was machst du guck mal Ey diese Träume kehren nichts Seh wie bei mir bist du auf dem Bar rumgelaufen Träume kehren du Ich spiele ein bisschen aggro Kommen Aber ich kann das Spiel überhaupt nicht lange spielen Ja ich glaube das ist ein Fail Kriegt ihr den Yay Yay Riven Riven du machst mir keinen Schaden Ich bin doch Level 3 Okay Okay Dann kannst du Mitte halten dann gibt's IP Wenn er pusht Junk nicht mehr IP Riven ist miss Passt jetzt halt auf Elise Spot Ich kann grad gar nichts machen tut mir leid Er ist immer noch pot Max Max Ah ist undodgeable Kann ich dodgen ich bin zu langsam Warum bist du denn so weit nach vorne gegangen Let's da los Bin ich so weit er ist gecharged wie so ein Ja ich muss einfach früher Früher mit dem Wirbelstommer rein Okay Aber ich bin eh nicht wert Äh du bist nur 2 Du bist immer noch Gold wert Also ein bisschen Ich bin jetzt quasi auf 300 Äh 200 vielleicht Ja Ah der Blitz Hat der Hurt gut Ja Das ist geil Edis geht Richtung Top Ich kann echt nicht kommen Ich brauch meinen Level 6 Ich glaub der hat gar keinen Mana für den Club gehabt Doch Jetzt hat er noch 120 Edis geht Richtung Top Ja die können ich's machen Mit dem ist So ein bisschen Wollen Äh Kev Ich will jetzt ein enemy red invaden Und es kann man jetzt nicht mehr drauf Was ist denn da los alter Max was ist da los ey Was machst du denn da die ganze Zeit ey Ey ich ziehe dir true damage ab Oh Gott ey Das ist wie kaputt Allein der Blitz hat mir schon Der Blitzcrank macht auch mega den damage Dix hat mir bereits Ich glaub der hat auch Flash gezogen Das ist nicht so groß hier Tut mir leid Perry Ja das ist ja nicht schlimm aber Wir müssen auf jeden Fall Wir müssen auf jeden Fall langsam aufhören damit Jetzt Konzentration auf Doom Max Dann geht das schon klar hier Ah der Schaden Ja Wollt Boatland ist immer lustig echt ey Also ich bin Level 6 Ich kann jetzt anfangen Gott zu kämpfen Ja, kannst du machen, uns mit hier der Feed. Ich hab dir ja wenigstens mal ein bisschen angeteased. Ja, also das sind die Mindgames. Wir tun einfach so, als wären wir mega die We-Tards. Ach, Quark, man, das ist ja... Kannst ja nix... Wir sind selber geschoht gewesen. Kannst du ja nix hören. Also eigentlich war Perixir. Ja, ich hab mich nicht mit meinem Spell-Shield vorgestellt vor den Hook. Das war... Keine Sorge, ich report euch beide. Das ist kein Ding. Von dir. Oh, der Fisch kriegt Blue. Das heißt, ihr seid auch da drinnen. Ja, sie hat aber auch keinen Red mehr. Hab ich mich höchstpersönlich drum gekümmert. Ja, der Blitz ist in Turb. Die sind Turb, die wir so... Die sind Turb versuchen jetzt, ja. Wann seid ihr sechs auf dem Fall, wenn ihr nicht... Ja, eine Minion-Wealth. So aus Parry, mach's gut. Oh Gott, ich bin down. Ich bin down. Sylvie! Oh. Der Hulk! Der Hulk of Doom! Pass auf, wenn der Fisch kommt, könnte es gefährlich werden. Ich hab nix. Habt ihr das gesehen, wie ich das gemacht hab? Keine Sorge für dich. Also, ich hab ehrlich gesagt gedacht, ich bin tot. Mach die Wave in tot. Okay, sehr gut. Mach die Wave und danach. Quasi aus dem Hulk geflasht, aber in den Pfeil rein. Äh, Elise top. Elise top. Elise top. So, ich hab jetzt ulti, mir kann jetzt nichts mehr passieren. Jaja, das ist okay. Der Fisch kommt. Der Fisch kommt. Der Fisch geht Richtung Bot. Der Fisch. Sehr gut. Oh, der Fisch. Der macht Angst. Eigentlich machen wir alle Angst. Wie bitte, was hast du gesagt? Die Verbrechen der Zukunft Kev, ich komm auf gerade, aber ich hab keine Ulti noch So, Fliss ist blind, Fliss ist blind Oh, der wollte wieder mich, hast du gesehen? Alter, der hat irgendwas geschluckt, hat er Versuch's aber Leute, jetzt sind drauf aus Die Damage sind, äh, nicht so groß Warte, jetzt können wir zusammen sogar siechen Okay Oh Gott, Alter, boah, hat mich das jetzt erschrocken, ey Alter, Alter, oh Gott Ja, 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 ja Hast du diesen Dodge gesehen, Terry? Ich bin tot, oder nicht? Alter, mich hat dieses Gelache mega getrollt, ey Das ist voll behindert Oh Gott, ey Oh Gott, ey Botlin ist auf jeden Fall spaßig Nicht gut, aber spaßig Das war sehr viel Spaß, weiß ich für mich Boah Ey, wenn der Charged ist, ist soweit Nein Ups Ah, danke Elis geht hoch, Elis geht hoch Aber dieses... No Go go Leute, Botlin go Der will mich wieder beten Alter Das ist egal Ne, dass der da unten hinfliegt Haben die Drachen gewonnen? Ne, haben die nicht, haben die nicht Kommt her, kommt her, kommt her, mach mir, mach mir Ja, Elis ist top Ja, Elis ist top Ich bin on the run Oh, warte mal, der Varus ist irgendwie on the run Oh Gott Alter, das sind aber hier Risky Dragons Aber... Hier ist es hier Würf Würf Aber ist das nicht aufgefallen, in jedem Game, wo ich der Jungle bin, gibt es immer Risky Barons oder Dragon Aber wir kriegen die alle Ja, klar Ein bisschen Plan ist auch noch dahinter Auf jeden Fall sind auf der Botlin Risky Hooks Und Risky Tower Loses Egal Ein bisschen Spaß muss auch mal sein Ich muss ja sagen, ich bin in fast 1 Kills beteiligt Sowohl bei uns als auch beim Gegner Team Bei Vols doch gar nicht Achso, bei uns doch gar nicht Ich war überwägt Ich, äh... Ich wollte wenigstens irgendwie, äh, hier Seelvie schilden oder so Oh mein Gott Blitzcrank Also Blitzcrank ist immer mit... ist SS Blitzcrank ist SS Kev brauchst das gar nicht, siehst du das? Ich hab jetzt die Typ, Alter, erschreck mich doch nicht so, Mann, ey Oh mein Gott, nein Oh mein Gott Oh mein Gott Ich dachte halt, ich kick Elise zu dir hin und schilde dich dabei noch Aber das ist ja noch der Hook trifft Das hat mich auch nicht, äh... Hä? Hab ich auch nicht erwartet zu haben Hast du dich eingeschissen, als ich Elise gekickt hab? Das muss ich... Ne, das nicht, das nicht Ne, er hat ganz normal geportet Ne, ne, das hat... Das ging noch Aber der Dings, der Blitzcrank, vor dem hatte ich Angst Als er mich gehuckt hat, da... Aber den Elise jetzt nicht Ewan, ich sag, äh... Macht Spaß oben? Boah... Oh, das ist frei Maxim Ist ne Freelane? Der Team hat einfach kein Glück in dem Game, er ist, I think Ey, das ist übersch... scheiße Ist einfach... Oh Nose Oh Nose, ich hab hier grad irgendeine Fratze gesehen im Wald Ich hatte keine Ulti Ah, ich hab irgendwas gesehen Oh Fisch, 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 Fisch Er hat keine Ulti, jung, keine Sorge Wurde er erfolgreich ausgebaitet Wurde er erfolgreich gewaitet, natürlich Naja, ich fahr' Nein! Auf wieder gehen Na 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 Ach, war ständig über die Wand Wär schon nice, wenn ich den gekriegt hätte, oder Solange ich dein Jungle bin, krieg es keine Waffe Sy 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 well played ja ich würde sagen um die botlane ist auf jeden fall strom als sind die Blitzgrade Mechanics, ey wie wir darauf reinfallen auf so ne kacke, ey aber ich kann so viel Carrier das NP boah alter Blitz, bitte besuch deine Eltern mal oh warte mal, ich muss ja baut jetzt sitzen ja Sylvie, alles Sylvie schuld, ey, wir stellen nur wegen Sylvie, ey, boah, immer wieder echt dieser Jungle, man verlässt du dich einmal auf den, weil du bist ja verloren der denkt einfach nur an seine Drakes Challenger ey Max, du kannst mich nicht hier alleine lassen, das ist ja klar ich werde das mal drüber verlegen verlegen wir auf die alter Baron, du darfst dich nicht alle töten, wenn ich in der Nähe bin, nochmal Rivenmovement, ey, Rivenmovement Blitzcrank ist übrigens SS, also Kev Kerl, Kerl äh, Easten, stopp ja, was soll die machen ey, wir könnten jetzt einen 3-Mann-Baron machen ich bin dabei ich bin nur um durch das nein, nein, dich freuen wir nicht, du fielst den Baron nur ja, das stimmt, aber ich kann heilen mit deiner Ulti aber dieses Jahr sind 40 Sekunden nein sehr gut, Ivan he's down, he's down Baros ist auch top, die sind alle top irgendwie ja, du hast Baron jetzt ja, die sind auch top ey, die haben einen Baron called Baros ist auch top, was ist mit Baros los, alter what the oh fuck, was ist das für ein 3-Spieler, Alter oh, der Fisch diese Janna und der hat nicht mehr Schien Silfy, ich bin on the run wollen wir hier was tryen oder willst du Solo-Show machen Level 1 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 Ich bin auf der Rune! Wieder rübergepeilt? Ey, wie ich hier die ganze Zeit mit Lowlife rumlaufe? Vorsicht, Elise! Nimm es weg! Kiff! Der Damage, Alter! Der ist ja einfach implodiert, ey! Was ist da los? Was ist gekriegt, Leute? Weil ich ihn geschildet habe, zwei Minuten vorher! Wuhuu! Es geht los! Janna kommt! Janna kommt! Ich hab Goldruhen! Wie kann ich das passieren? Siff, ihr habt mir sogar einen Kill abgegeben, ey! Wie nett! Äh, abgegeben? Ja gut, er hat geflasht, Entschuldigung! Und mein... Autohit flog noch hinterher! Wir können eigentlich mal den Dragon machen! Ivan hat anscheinend kein Problem oben! Problem oben! Okay, dann lass den Barrel machen! Dann lass den Barrel machen! Okay, Ivan! Ey, das war alles wie gerade! Ich brauch dich! Ich brauch dich! Was, wir machen zwei Mann, hab ich gedacht! Was ist da los? Ich bin enttäuscht! Ich bin enttäuscht! Ich bin enttäuscht! Oh, das ist aber nett! Sind die harten Diss! Oh, guck mal hier Süßiges! Ja, danke, Ivan! Du! Du bist doch voll Geisteskrank, ey! Ich hätte sterben können! Geh, geh, Anna! Oh, das wird eng! Oh! Oh! Lass mich mal ne Runde tanken hier! Oh, da kommt was! Da ist ein Blitzcrack! Oh, der bei euch! Okay! Oh! Durchsterbungen! Oh Gott! Oh Gott! Disengage! Oh, ich hab wieder mein Vieh! Nice to have Baron! Du hast keinen Überall! Du hast dich leider ein bisschen verkauft! Okay Leute, gleich haben die Insect-Plays! Aber du weißt, die sind nicht noch vorbei! Mit einer Pink-Ord! Mit einer Pink-Ord sogar! Oh, die wissen, dass ich hier drinnen bin! Ich bin on the run! Mach die Lowlife! Ich engage jetzt auf das, okay? Du willst mit deinem Kill anlocken? Ich werde ihn slowen! Das sind die richtigen Baits, ey, mit Kills! Mit Kills baiten! Oh, warum er den nicht gegrappt hat, dann? Oh, Alter! Da ist auch noch! Oh, deren Blue ist ab! Ich hab wieder festfühlt, Alter! Was? Hast du ne Dermash gesehen? Dragon! Dieser Dermash war völlig für ihn, man! Das ist Kha'Zix! Kha'Zix ist, äh, Bit-Strong! Ich hab einfach nur Q gemacht, das war alles! Aber danke für den Assist-Catch! Oho! Was machen die hier alle? Woher kommt die auf einmal? Wann die doch eben bei euch? Nee! Aber der Geist ist krank, oder? Oh Gott! Wann zählt da kein Ulti mehr? Hat der noch seinen Jump? Oh mein! Der spinnt doch, Mann! Töt ihn! Lol, da kommt einfach Kev! Kev, nein! 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 Ich merke gerade, ich hab einfach nie Knallt! Gebaitet! So, so, so! Run! Run, boy, run! Ich dive! Die Chases! Die Chases! Oho! Was ist los?! Lol! Lol! Oh mein Gott, die Shields! Max! Ich hab kein Wander mehr! Max! Ich hab kein Wander mehr! Gott! Du hast mich reingebaitet! Ich tanke, ich tanke und dann tankt er nicht! Was ist da los? Ey, wie mein Q ganz knapp an dem seiner Ritze vorbeigelitten ist, ey! Was ist da los? Oh nein, ich hab da keinen Wander! Oh, da kommt Seefie! Oh! Die Challenger-Plays! Lol! Seefie, ich bin enttäuscht! Ein Q daneben! Ich hau ihn mit Absicht daneben, damit sie sich erst mal voll einkackt! Ach so! Ja gut, okay! Mit solchen Mechanics bin ich nicht vertraut! Das sind so die Mind-Game! Ach so, okay! Na gut! Ja, da kenn ich mich nicht so aus! Ich mach nur Rechtsglück! Wurscht erscheinend! Oh, ihr kleinen Nudeln! Da wird meine Ägide! Da kann ich nicht mehr sterben! Sag doch mal den Blitzcrank! Blitzcrank! Der freut sich, wenn er dich sieht! Blitzcrank kann mich jetzt nicht mehr hooken! Ich habe jetzt... Seren-Buff! Die Frage ist mal, wie lange hast du ihn? Ich habe ihn noch wahrscheinlich! Auf jeden Fall länger als wir alle! Na gut, Kev, du bist auch noch da! Ich leb auch noch, ja! Oh, ich habe vergessen, Worts zu kaufen! Das ist meine Aufgabe, oder? Ich wundert, welches Item mir fehlt! Das Item mir fehlt, ja! Und warum ich mich doppelt höre! Das Blitzcrank umbringt! Das ist slowy! Komm her, du Typ! Oh! Okay, jetzt muss ich vielleicht ein bisschen aufpassen! Hast du mir den gelassen? Das sah so aus! Ähm, ich hätte ihn krumen können! Komm alle, Botti! Komm alle, Botti! Komm alle, Botti! Komm alle, Botti! Keine Sockel! Ich opfere die Frau zuerst! Loi! Dieser Schild! Kev, go! Speedbuff! Kev! Nein, bring es nicht! Ich! Ich habe noch 30 Gold! Penta Kill! Penta Kill! Penta Kill! Komm, ich tank! Tank! Oh Gott, kill! Was ist da los? Da musst du all-in gehen, wenn ich da so tanke! Was ist denn da los? Okay, gehen wir all-in! Ich gehe nicht all-in! Ich bin enttäuscht! Ich glaube, du bist kein Krieg! Ich bin enttäuscht! Das hat aber 3k Gold! Angeber! Der Champion ist so retarded! Tja, Kragas! Das ist einfach Solo-Q-Top! Der steht da oben! Das ist typisch Ivan! 222 Farms hat der Ivan! Sorry! Oh Gott, ey! Wenn die bald alle LCS-Tank-Kragas-Top spielen! Alter Schwede! Ja, Kev! Ich bin sarkastisch! Es hat nur ein Item! Und Brutalizer! Und Rage-Diver! Ja, jetzt geht er so schocken! 15.000 Gold! Das hat Kev jetzt einfach! Mindestens! Lass mich durch! Ich muss engagen! Oh Gott, Ivan! Ivanovich, brauch Hilfe! Okay, oder auch nicht! Alter, Ivan gegen die Welt! Ivan, ich rette dich! Achso, das ist schon so! Oh! Ivan, du hast es nicht geschafft, drei Leute gleichzeitig zu töten! Ich hab gemisplayt! Ich hab gemisplayt! Ich würd sagen, Kragas Top ist nicht viable! Gemisplayt! Engage! Ich hab'n Schild auf dir! Ich hab'n Schild! Nein, nein! Totgetreten, ey! Ich versuch' mich grabben zu lassen! Wow! Erfekte Engages! Such mich mal Jenna! Oh, was ist da los, ey! Ich hab'n jeden Scheiß gebaut! Sehr guter Schildfeld! Oh, ja! Ich war auch gerade... Aber das ist gerade diese Holzraketen! Die hat so viel Schein gemacht! Mhm! Oh! Wo ist das Team? Das Team! Das Team besteht zur Zeit nur aus dir und Kev! Kev? Oh, ne! Ich hätte mir ein bisschen mehr Hilfe von euch erwartet, Jungs! Ey, ich dachte, das war so geplant, dass du stirbst! Ey, ich kann gleich wieder Insecken in 5 Sekunden! Kann ich in 30 Sekunden reingehen? Au! Wir laufen unauffällig hier lang! Ganz unauffällig! No damage, Kar! Pfff! LOL! Shielded! Ich würde den gern killen, aber ich glaub' die Abbrechen sind... Die leben wieder! Kess, ich komme! Kess! Go! Kess! Kess! Was war denn das gerade? Das war ein Mindgame! Das war ein Mindgame! Ich hab wen extra still geblieben, das ist keiner merkt! Also die Minion-Wave auf der Bot-Lane, ich muss tanken! Jetzt sieht sie mir hier! Die Spinne ist einfach sneaky! Die Spinne ist einfach sneaky! Sneaky! Alter, der Ivan Mann! Ivan ist einfach stumm! Er ist einfach stumm! Er sagt einfach nichts und ist einfach OP! Was ist da los, ey? Feet! Ich will Feet! Nein! Leute! Osten! 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 Fisch! Fisch! Oh Gott! Leute! Was ist da los? Oh mein Gott! Jesus Teaming! Baron ist auf! Careful! Okay! Careful! I'm on the run! Ich hab und grad mein Leben riskiert, damit jemand die Wave hier bekommt! Traurig aber wahr, oder? Ja! Ivan, bist du eigentlich noch am Leben? Ja! Alles safe! Alles safe? Okay! Da muss man ja mal nachfragen, ob du noch atmest oder so! Wenn ich ne Viertelstunde nix von dir hört! Oh, ich danke, dass ihr wenigstens noch gewartet habt, bis ich den wieder lebe! Ich wette, da habt ihr mit Absicht keinen! Haben wir das? Ja! Ich weiß Silvie, du hast dich angestrengt, um es so schnell wie möglich hinter dich zu bringen! Du bist ja nicht! Kragas! Kragas wird einfach rumgeflippt, wie so ein Flummi! Ich muss einfach mal reingehen, wie lange ich überlebe! Ich hab nie Baron! Nie! Baron wird überbewertet! Ja! Sehr gut! Oh, mein Rechner hat sich verabschiedet! Mein Rechner hat sich verabschiedet! Wenn's weder! Warum? Warum würde ich gerne? So müde kann der gar nicht sein! Oh Gott, ey! So, ich hab mir jetzt ne Feuerprobe erfarmt! Oh, komm ein bisschen an mich ran! Lass mich nicht bespringen! Bitte schreit nach Kills! Oh, er ist ne Elise irgendwo! Wollen wir rumbuggen? Wollen wir rumbuggen? Wollen wir rumbuggen? Wollen wir rumbuggen? Go Kev! 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 Ja, ich bin hier! Da ist ne Elise! Die wollen zu mir! Charge forward! Der Fizz kann gar nichts, Alter! Kev hat blutgerockt! Oh, wir müssen jetzt Penta! Hunt the Penta! Ich versuch mich grabben zu lassen! Das kann ich voll gut! Oh Gott! Oh mein Gott! Der Seil ist, Max! Der Seil ist! Nee, ist schon vorbei! Oh, der Q! Ich hätte ihn eh nicht mehr bekommen! War schon zu spät! Ich denke! Ist ja nicht so, dass ein Tank nicht hier ist! Nein! Der bleibt hier! Ich kann auf jeden Fall nicht mehr down gehen! Ich würde gerne in vorne reinrennen! Go to the Z! Boah, ich hab nicht meine Sicht! Ich hab überlebt wegen dem Schild! Boah! Das war auf jeden Fall manliest Boyz ever! So! Das war ganz normal geredet! Schaut die Mechanics an! Kragas top! Wer sich sieht! Morgen auch bei Ivan in der Solo Queue! Du hast doch dumm Anzahl! Der Dance! Oh oh! Nein, bis dahin die raten nicht her! Der Dance Teil! Nein! What the fuck! Fieses Ballgame! Läuft bei dir Ivan, wa? Ach, der Champion ist einfach wirklich richtig! Macht richtig viel Spaß top lane, muss ich sagen! Das ist so, als wenn ich mein Stuhl jetzt gelacht hätte! Glaubt ihr, da noch ein Botlane? Ja, Varus! Loll! Der ist schon da unten! Wies! Sag ja! Da! Läuft die lane, win die Gain! Oh, hier ist er! Jungs, hier ist er! Das Schlimmste von allen! Hat der noch seinen Jump? Der hat mich einfach angezündet! Das Ignite, Alter! Der hat mich einfach angezündet! Der hat voll den Hass auf dich, Max! Aber richtigen Hass! Oh, der Blitzcrank ist da! Okay, es geht los! Oh, das war jetzt aber nicht ich! Ich war's! Aber ich tanke! Oh, der hat sich explodiert! Ja, Fehler! Es ist einfach weg! Es ist einfach weg, ey! Es ist einfach Null! Null HP! Wie retarded dieser Champion ist das! Easy! Der Heels, Alter! Der Heels! 50 Gold! 19 zu 1!